Wirf eine Boogie-Bombe bei einem IEO-Außenposten. Hier seht ihr bereits die erste Boogie-Bombe. Ich würde euch empfehlen, das in Gruppenkeile zu machen. So habt ihr genügend Zeit, Boogie-Bomben zu suchen. Hier auf der Karte findet ihr dann die ganzen Außenposten. Auch bei den Außenposten könnt ihr auch noch mit etwas Glück Boogie-Bomben finden. Geht einfach hin. Ich öffne jetzt nochmal die nächste Kiste. Vielleicht haben wir nochmal Glück. Vorführer-Effekt? Nein. Und jetzt schmeißt ihr ganz einfach die Boogie-Bombe und schon habt ihr die Aufgabe erledigt.